Ja, Unichamp gibt es schon seit ein paar Jahren. Ganz früher bin ich selber noch den Contest gefahren. Dann irgendwann judge und von Jahr zu Jahr wird es eigentlich immer besser. Ja, und bin das erste Mal hier beim Unichamp. Ja, aber der Hammer, ne? Ja, aber der Hammer, ne? Ja, aber der Hammer, ne? Hey! 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 Hey!